Wieso? Ich hoffe das geht so. Wolltest du jetzt scharf machen oder was? Oh oh. Oh, einer zu weit! Jetzt brenne ich. Rübe, rübe, hau doch mal ab hier und nerv mich nicht die ganze Zeit. Die ganze Zeit, komm hau ab jetzt. Das war echt einer zu weit. Du alte Gammelkatze. Weißt du was? Voll die Trollkatze, ey. Trolling by Cat? Ja, die nerv mich die ganze Zeit. Geil. Guck mal da ist Kohle drin unten. Oh. Ja. Oder mehr. Ich wusste, dass ich ihn damit locken kann. Jetzt gräbst du mich zu, ne? Jetzt lässt du die Monster rein, ne? Ne, ne. Ne? Lass die Lava rein. Ey. Mal wie tief der so da ist. Ja, wie viel die auch war, ey. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder gegen die Strömung zurückkämpfen hier. Oh nein! Ach ne, ist gut. Ich dachte schon, ich hätte vergessen, ein Schild wieder hinzumachen. Ui. So. Boah, Rübe, jetzt nervt er dich hier rum, du bist so ein Gammler. Okay, Lava Trap aktiv. Ich muss den mal eben rausschmeißen. So. Da bin ich aufgestanden, der ist abgehauen. Schau mal an, Peter. Was denn? Guck mal, der, guck mal, der Heiko. Wie das aussieht. Geil. Also, awesome. Der Pfeilmann. Der Pfeilmann. Der Pfeilmann. Weil ich mach da hinten mal ein bisschen Gravel rein. Ein Gravel? Wieso das denn? Na, dann halten sich Spinnen nicht so gut da dran. Oh, da braucht der Sips doch. Ach so, dann können die ja nicht hoch mit Gravel oder was? Ja. Ja, ähm, ja. Brauchst du noch, Gravel? Nee. Nee. Hier ist ja trotzdem welchen. So, warte, ich teste das mal, weil ich ändere das gleich noch ein bisschen. Mhm. Weil ich ja noch eine Abzweiger haben will zu der anderen Bahn, ne? Sollten wir aber eventuell mal hier zumachen, ne? Hier oben. Ja, du musst erst mal Glas, äh. Soll ich hier so einfach zubachen, ja, ne? Genau. Und hier drauf dann auch. Okay. Oh, ich höre gerade, Heiko ist aufgestiegen. Wah. Heiko hat den Level ab. Lass doch. Lass doch. Du brauchst doch gar keine Decke einziehen, wenn wir jetzt die Wand noch zu machen eigentlich nur. Boah. 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 Ups. Krass. Ja, ups, ne? Ja, warte, aber ich wollte... Ja, sonst krabbeln die Spinnen da hoch, weißt du? Weißt du, weißt du, weißt du? Ich trete dich gleich da rein, Heiko, noch zu einer Aktion, Junge. Hey. Ah, hier vorne müssen noch ein paar Glasdinger hin, warte. Ja, hier so, ne? Ja. Oh. Ah. Da auch noch, würde ich sagen. Ja, vielleicht so, so, ne? Unten auch noch frei? Ja, so, so, so ein bisschen so. Ja, dann macht das hier auch. Ne, da habe ich kein Glas mehr für. Oh. Jetzt ist Glas alle. Okay, dann ist das halt hier ein bisschen anders. Oh, warte, ich könnte hier eine Glasscheibe schnappen, wenn die da runter kommt. Ach, hast du Behutsamkeit, ne? Ja. Ja. Und nochmal Spitzhacke? Genau, Spitzhacke. Du brauchst ja ganz behutsam mit einer Spitzhacke eine Scheibe aus, das würde ich ja gerne mal sehen. In echt meinste? Ja. Ja. Oh, oh, das Glas ist jetzt so runtergefallen. Ja, aber es rutscht doch einfach durch. Wie der Heiko. Nein! Nein, der Heiko! Hol die draus! Hier, Heiko! Ist das Glas auf der anderen Seite schon angekommen? Ne, noch nicht. Ich warte hier gerade. Ein Glas ist angekommen. Ja, reicht. Ach, mehr Weihnacht gar nicht? Ne. Achso, er hat zwei hier einmal einen reindrücken hier oben. Achso, hier. Hab ich die Ratter hingeschmissen. Ah, guck mal, wie sie sterben gehen. Und können wir hier eventuell so ein 3x3-Gang machen? Das wär doch mal nice. Ne, können wir nicht. Rübe, wie ist jetzt hier rum? Hast du das gehört gerade? Der geht immer so ab, ey. Warum ist denn hier kein Glas? Achso, ich hab das Glas gekriegt. Ja, Rübe. Das ist der alte Rübenmeister. Ja, und wo soll jetzt das Zeug hochtransportiert werden? Nein. Ähm, ja, äh. Wann mal, warte. Ja, wahrscheinlich. Anbieten wird sich wahrscheinlich hier so die Pose in der Mitte, ne? Ne, wir müssen jetzt noch ein Eimer Wasser machen, dass das zur Seite weggetragen wird. Achso. Verpiss dich! Ja, ich wollte nur vor den Koordinaten hergucken gerade. Verpiss dich! Hau ab! Hau du da ab! Hä? Warum ist das denn jetzt so? Warte, ein weiteres Gebot! Ui! U-Kids Nitro hab ich mir gekauft, äh, Turbo hab ich mir gekauft bei, äh... Ich kenn doch gar nicht. Ne? Ne, U-Kids Nitro, so. Den zweiten Teil erwartet, ne? Ja, genau. Den zweiten Teil erwartet. Der ist auch wieder geil. Auch so schön fertig, oder? Ja. Hart fertig. So, wo möchtest du jetzt einen hoch haben? Am besten in meiner Hose. Ähm, die Pose da, welche ist das, wo du gerade unten warst? Also in der Mitte wahrscheinlich, von den 43 Jahren. Oder müssen wir das... Ne, du lässt das jetzt nach rechts oder links hinlaufen, ne? Genau, entweder in die Richtung. Ja, macht doch hier, hier hin. Oder in die Richtung. Guck mal, 501, 2, 14. Ich geh mal eben auf den Berg rauf und guck mal, wo ich da auskomm. Ich schreib das mal eben auf. 501, 2, 14. Hab ich's vergessen, wenn ich oben auf den Berg ankomm? Ja, ohne hätte es noch mehr runterkommen können. Um nochmal zu gucken, ne? Ja, genau. Ne, ich bin ja so ein bisschen dement, aber... So dement dann auch nicht? Ne. Was macht der Heiko denn? Der guckt sich ja die ganze Zeit an. Krass. Wie der drauf ist. Wie der drauf ist. Vielleicht baue ich noch mit den Pistons was anderes da hin. Hör mal. 214, 501? Boah, da sind wir aber voll weit da unten drin, ey. Weißt du, wo wir da auskommen? Ne. Fast, also hinter der Treppe, wo wir vorhin den Heiko runtergeschmissen haben. Da irgendwo. Wo war den Heiko runtergeschmissen? Achso, da. Ja, genau da kommen wir aus. Da kann man eben gucken. Wir können das aber noch zur Seite transportieren, ne? Ja. Guck mal eben. 501, ja. Ich könnte ja mal gucken, weil dann könnte es nämlich genau mit der Lagerecke passen. Sehe ich gerade. Ja. Das wäre geil, ne? Hoffentlich ist er drunter. Nix war den Weg jetzt, weil wir noch aufwendig zubauen müssen. Boah, Rübe, jetzt hau ab, ey. Boah. Weißt du, der hatte immer Katzenschnupfen und der hatte deshalb so eine kratzende Stimme immer. Katzenschnupfen, das geht? Ja, das gibt es, das sterben, aber irgendwie, ich glaub, relativ hoher Prozentsatz dran. Das ist aber ärgerlich. Ja. Alles cool, wir können das genau mit dem 501, äh, eins, äh, mein Gott, eins, äh, da nebenenden lassen, wo der Teleporter rauskommt im Lager, weißt du, von unten. Ach so, ja. Genau da kommt er dann hoch. Okay, dann komm nochmal runter und mit dem Wassereimer, bitte. Wollen wir mal, hier ist 100... Ah, ne. Äh, mit dem Wassereimer. Heiko, kannst du dir den Wassereimer runterbringen, dann werd ich mich schon mal da runter graben. Aber ruhig zwei, ne? Zwei Felder? Zwei, äh, zwei Wassereimer. Ach so. Du gräbst dich jetzt quasi gerade runter. Ja. Okay. Soll ich dir die Höhe sagen? Ja. Ja. Ja, okay, dann bring nur einen mit. Kannst du ja nochmal auf, wenn ich den leeren gebe. Haha, nein. Höhe ist 43. Ach guck mal, da ist er ja, da ist er. Können wir mal ein paar Sachen tauschen. Ui. 43. Hoffentlich kommt hier nicht zwischendurch eine Lavaschicht irgendwo, so richtig Absturz. Haha, doch, kommt schon. Oh oh. Boah. Boah. Also 43 bin ich jetzt, 501, aber 194. 194? Ja. Okay, geht aber. Ja, reicht. Und ich brauche Licht hier drin. Ich hatte nur eine Fackel bei. Hi. Hi. So, warte, wir müssen das jetzt so timen, hier hoch oder was, ne? Ja. Genau. Wir müssen dann jetzt so mit dem Wasser timen, dass das da genau auskommt. Dass das genau auskommt. Oh. Oh. Er hat ja dich gehauen mal. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich ihn aus versehen. Ach so. Genau. Also, das ist ja kein guter Arbeitgeber hier. Kein guter Herr, meinst du? Der zwischendurch mal so einen Schlag im Nacken gibt. Oh, das war zu viel. Warte. Kannst du mal gucken, ob das genau da hinten endet? Mach mal. Ich glaube nicht. Einer noch weg. Warte. Obwohl, doch endet hier. Ah ne. Mach mal. Mach nochmal hin. Kommt. Also jetzt endet es hier auf dem. Ich habe mich nur gerade einen reingegraben. Jetzt genau nach oben. Ja, ja. Und jetzt mit. Glas nach oben. Oder was mit Glasblöcken? Äh. Ja. Okay. Ich hätte nur einen. Ja, lol. Einen. Jetzt kommt es wahrscheinlich gleich. Wir haben keinen Sand. Ein Torwiltskreis, oder? Wegen der Strandaktion. Ah ja, genau. Da war doch mal was. Mhm. Da war mal was. Soll ich dann einfach dauerhaft hier laufen lassen? Ja, ne. Warte hin. Ja, mit dem Pisten, der mal hoch und runter geht. Wo denn? Ja, hier unten in der Ecke. Ist ja Latte, ne? Boah, ey. Weißt du, wieso kannst du eigentlich nicht diese eine Block hoch Wasser hoch springen? Ist voll am Nerven. Guck mal, wie blöd es. Ist hardcore am Nerven, ey. So, ich hoffe, die ändert das aber nicht bei 1,5. Warte hin. Da das dann nicht mehr geht mit dem Glas. Was? Ja, das wär scheiße, ne? Das wär aber ärgerlich. Jetzt muss ich hier nur eine Glock bauen. Weißt du, meine Redstone-Kenntnisse hier wieder. Ja. Ach, da muss die Pisten immer was reindrücken, oder was? Ja, die Items in das Glas. Ach so, okay. Aber ich glaub, das kann nicht. Warte, ich versuch das jetzt mal. Ich mach das schon, pass auf. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ach, guck mal, der Heiko hat mir Glas gebracht. Cool. Heiko, möchtest du dich nicht gleich schon mal nach hoch bauen, wenn der Ted von oben Glas runterwirft? Ja. Obwohl, du willst doch schon erstmal gucken, wie geil ich hier was baue, ne? Vor allen Dingen, ich werfe euch Glas runter. Du wirst mal gut fangen. Oh nein, also wir haben nur Scheiben. Ja, dann schmilzt die doch eben wieder um. Geht doch ruckzuck. Geht das? Kann man die umschmelzen? Nee. Ja, siehst du? Aber ich dachte, du freust dich, wenn ich das sag. Boah. Haha. Warte. Der Arsch. Ach, im Oben ist doch was. Das wär ja... Ja, dann warte ich, komm. Nee, nee, hau ab. Warte, das geht, das geht. Ah ja, da ist was. Wenn jetzt der Heiko beobachtet mich, dann kann ich das nicht. Dann kann der Peter nicht, du kannst bestimmt nicht pinkeln dann, ne? Warte, ich bin davon fertig, Heiko, warte. Du bist doch schon fertig. So, warte, da ist die Energiequelle. Dann geht das ja hier rüber. Oh, hier ist voll viel Glas noch drin. Und dann unterbricht das irgendwie wieder so, ne? Was? Unterbricht? Ah, verdammt. Boah, hier war voll viel Glas noch drin. Ach nee, warte, jetzt weiß ich wieder. Haha. Jetzt denken wir schon wieder alle, was macht der denn da? Oh, wie blöd der ist denn die alle? So? Meine Fresse ist der blöd irgendwie. Ist der krass blöd der Junge. Er ist aber so ein blöder Let's Player, ehrlich, meine Fresse ist der blöd. Ja, ich werde das. Und ich werde das rauskommen. Und ich darf nicht mehr sagen, was macht das so ein Blöd des Krokens.